Es ist vorbei. Bye, bye. Doch dann ist es vorbeiii. Es ist vorbeiii. Oh, Genova-Panzer! Okay, jetzt soll ich ihn reparieren, jetzt möchte ich ihn damit fahren. Ey, ey! Ich will mit! Oh! Ja, Jockel, hier muss ich irgendwo ein rot Ding. Ah, hier ist es. Okay, Moment Jockel, ich will damit... Oh! Jockel! Ja, repariere! Ja, ich repariere. Ist noch nicht heile. Woah, what the fuck! Ich geh mal ins Fahrer rein. Ich kann mich aber nicht zu wehr setzen. Okay, dann fahr ich. Okay, let's go! Wuuu! Okay, Guys! W-w-w-w-w-w-w?! W-w-w-w-w w-w-ww-w-w-w! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Okay! Komm hier, die fierbar hier Mann Jockel! Ja! Oh, Hoppa-Panzer Recap. Kein Problem. Oh. Oh! Jockel! Oh shit! Shit, ich bin so am Eis Jockel! Wie komm ich hoch? Ah, da zurückfuhren? Nee ne? Woow super! Ich wär fast ertrunken wegen dir, Jockel. Wegen mir! FN da rein! Ja, du hast den Typen da an diesem S-Raw Ding da nicht kaputt... WTF? Wo kann er das Eis kaputt machen? Schieß mal auf den Boden. Eis ist tot. Oh, ich jetzt auch. Scheiße. Cool Job, Jockel. Das Eis geht kaputt. Ja. Das wusste ich jetzt aber nicht, muss ich zugeben. Wusste ich auch nicht. Wow. Okay, vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, einfach nur zu gewinnen. Oh, warte mal. Hoverpanzer. Ich möchte Hoverpanzer. Das war ziemlich cool. Wollen wir nochmal? Wollen wir nochmal mit dem Schneemobil fahren? Ah, ich bin grad schon wieder am Kämpfen. Halte gleich wieder tot. Kämpfe gegen Panzer? Ja, das ging Ende ging. Das war ein Verbündeter. Hi. Verbündeter und dein Schneemobil. Ich schlafen an. Ah, shit. Hinter mir war der. Wow, wow. Ich blick grad überhaupt nicht durch, Mann. Das ist das Problem, wenn du einfach wieder irgendwo spawnst, ja? Obwohl wir eigentlich so toll Schneemobil miteinander fahren wollten. Hoverpanzer mit dem Schneemobil. Ich muss grad revivieren. Ja, wie? Ja, Moment. Ich muss mich grad erst orientieren, okay? Das ist alles zu viel für mich. Das Schneemobil ist das beste Feature seit immer. Seit immer. Ah, Sniper schießt noch nicht. Warten wir das hinter mir? Hi. Nee. Das ist im Schneemobil. Alleine. Komm, ruhig ab, ruhig ab, Jocke. Wow. Ich bin im Arsch der Welt. Äh, Alpha. Alpha, Jocke. Alpha oder Alpha? Das ist im Arsch der Welt. Dann das Bravo. Da ist der Hoverpanzer. Unser Hoverpanzer. Ich kenn halt die scheiß Map überhaupt nicht, ne? Können die überall sein. Ah, von hinten noch von vorne. I got ripped. Na, jetzt hättest du bei mir spawnen können, Jocke. Aber du musst ja wieder Schneemobil fahren. Ja, wow. Bist du im Schneemobil gerade? Hast du Hilfe? Ich hab einfach mal denk'n geschossen, wo du ihn geschossen hast. Keine Ahnung, was da ist. Wieso ist die Tür zugegangen? Da ist jemand, der Granate besteht links. Einer down. Du musst ja nachladen, Jocke. Hast du irgendwie... Hier, hier, hier. Help, help. Need Medic. Need Medic. Need Medic. Nicht schon, nicht schon. Du musst mich echt zusammenreißen. So, äh... Ah! Ah! Jocke! Hast du gesehen, was gerade passiert ist? Die Tür hat sich fast geschlossen. Ich wär fast dazwischen gewesen. Oh, leuchte mich doch mit deinem scheiß grünlicht. Er blend mich doch mal, wollte ich sagen. Äh, ach so, hab ich schon gesagt, was wir gerade machen. Wir spielen gerade Battlefield Last Stand, ne? Wie heißt das? Final Stand? Final Stand. Ja, Final Stand. Äh, wir spielen gerade in der Community Testing Environment. Ich hab überhaupt nicht informiert, ob ich das überhaupt aufnehmen darf. Vermutlich darf ich das. Und, äh, mit euch teilen. Also für einen Fall, dass ihr mich gerade hört. Ich glaub, dann ist alles gut gegangen. Oder ich bekomm bald rechtliche Probleme. Yay! Yay! Äh, und, äh, ich muss zugeben, es macht echt Spaß. Wir haben jetzt gerade eine Map gefunden mit Schneemobilen. Und die Schneemobile, das ist ziemlich cool, muss ich zugeben. Und die Hoverpanzer sind auch ganz cool. Komm mal, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Äh, ja, ja, ja. Warte, unten an der Flagge oder wo bist du? Ja. Ah! Hör um! Ach, schade, jetzt hab ich gerade was cooles. Was denn? Oh! 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 Ich kann's noch bei mir spawnen. Oh, jetzt bin ich unruhbar. Hey, wieso, was wolltest du mir zeigen? Ja, so ne Drohne. Irgendwie, irgendwie Drohne. Kenn ich selber noch nicht. Ich hab nur irgendwas aufgehoben. Ach so, wow. Oh, wir haben mit der Drohne gespielt. Oh, ich würd' geleift. Äh, Scheiße. Komunition. Ähm. Okay, natürlich für beide NGs, weil wir gerade die ganze Zeit Panzer gefahren sind. Wo, wo ist die Drohne gewesen? Hast du die unten aufgehoben? Da drauf? Ja, da hab ich sie aufgehoben. Ja, wollen wir irgendwie in die Richtung vorgehen? Richtung D? Ja, äh, Charlie. Charlie? Ja, Richtung Charlie. Ich glaub, warum ist der hier? Okay, genau, oder? Ja. Ich denk schon. Oh, keine Ahnung. Ich würd' bestimmt gleich in die Richtung. Oh, keine Ahnung. Down. Nein, nein. Ich komm nur einschulden, Jockel. Ich hab keine Muni mehr. Freche mich. Freche mich, Jockel. Ah. Alles wohl an der Land. We got killed, Jockel. Da. Hoverpanz. Oh Gott, hör auf mich zu reviven. Ich hab keine Muni mehr. Ich bin wieder tot. Wow. Wow. Danke, Dave. Äh? Äh. Sorry. Ich glaub, ich muss ihn eigentlich schon geben. Ah. Okay. Hoverpanzer? Schneemobil. Okay, let's go, guys! Wohin fahren wir denn mal? Alfa. Alfa ist gut. Hi. Ja, wir spielen nämlich grad in der Community Testing Environment, also CTE, und spielen grad Class 10 Final Center an. Wir auch immer. Und, äh, ja, es macht echt ein bisschen Spaß, mich zu hier jetzt. Liegt aber hauptsächlich daran, weil die Schneemobile sind gut. Ja, der ist. Ja, der ist. Oh. Wo bin ich? Keine Ahnung. Aber ich sag's doch, die Schneemobile sind geil. Wow, wir waren schon wieder fertig. Oh, ich hab voll daneben geschossen. Ja, man kann auch vielleicht mal vernünftig mit den Schneemobilen fahren, Jockel, dann kommen wir aber wenigstens heil an, hm? Ich will so'n Hover Tank mal haben. Bin immer schlau. Kommt, ey. Kriegen wir nicht'n Hover Tank, wenn wir Bravo eingenommen haben oder so? Also nicht. Bomben und Bravo. Okay. Na komm. Kräuter! Ach, da geht's. Oh Gott. In dem Moment, wo ich nicht hingucke. Oh, wie viel sind denn da schon wieder? Ich hab' das Auge gebrochen. Komm' wo, komm' wo, Jungs? Oh Gott, man kann's echt nicht auf Pistole switchen im Battlefield. Keine Ahnung. Also nicht auf so'ne Distanz. Oh, ich würd' schon der Required. Shit. Ich bin in der Smoke. Ich seh' nicht. Äh, ist da was? Ja, da ist was. Jawoll, das geht doch schon mal. Jawoll. Mein Schuss, mein Schuss, mein Schuss. Ich komm' zurück zur Kiste. Haben wir die eingebaut? Ich glaub' schon. Hast du Muni für mich? Da! Der Typ hat Muni! Ah! Nein. Stell. Stell. Wo, wo, wo? Wo bist du? Bei da hinten. Ja, ja. Wow, was ist das? Wow. Nä. Wow, jocke. Krieg's an der Decke rum. Ein kleines Raumschild. War da eine Minigun da dran? Ja. Das ist halt voll geil ey, das ist halt eben wie ein Steuerbücher. Was geht hier ab? Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich die ganzen Händen Medik in der Organisation brauche und beides nicht habe. Weißt du, wie mach ich nun mal Licht aus? Oh, das Tor hast du. Ich hab irgendwie so ne scheiß Flashlight auf meine Waffe drauf gebaut und... Gottverdammt, das mach mich so fertig. Ah, das war doch ein Feind! Scheiße! Dreckiges Kack, Laserlicht! Endlich, wenn mich jetzt niemand restet, ne? Diesmal kann ich nicht annehmen, das ist unmöglich. Ähm, wollen wir Hoverpanzer fahren? Ich will nur mal Hoverpanzer fahren. Wir haben keine Hoverpanzer. Ja, das liegt daran, weil... Keine Ahnung, die Hoverpanzer sind immer weggenommen werden. Die Hoverpanzerdiebe sind das. Da fährt einer. Komm, geh kaputt. Okay, Jockel, du musst das nächste Mal auf jeden Fall die Lausche aufhalten für Hoverpanzer. Ähm, komm, wir fahren Schneemobil. Jetzt bin ich schon gespart. Ah, okay. Ich bin bei Delta. Ja, Delta. Okay, ja. Achtung, Panzer kommt zu dir. Hey! Ah, das war ein Hoverpanzer. Ich schalte ihn aus, mit C4. Oder er schaltet sich selber aus. Kann er auch machen. Und jetzt lass uns den Punkt annehmen, wo du Hoverpanzer hast. Ich bin froh, dass es nicht so laut ist. Ach, hast du es gerade auch installiert? Ich bin fertig! Wup, wup! Wup, wup! Ich bin fertig! Oh, bitte lass uns wieder schießen. Ja, 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 ja. Oh, das ist alles. Äh, ich steck mir ihn aus. Das ist ein Panzer. Da. Noice! Oh, shit, einfach... Oh Gott, ich fühl's... Oh, ich wurde grad vom Panzer ein bisschen Kacke abgeknallt. Äh, ja. Bravo braucht wieder unsere Hilfe, Jockel. Hm, Spawn bei mir. Ja, ich bin nicht bei irgendeinem anderen. Äh, das ist wahrscheinlich bei mir. Bin ich? Oh, yo, Death to Blade. Oh, hey. Ufff. Uaah, ich dachte, die Drohne kaputt. Toll. Au. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht hätte, warum ich nicht hätte. Oh, come on. Really double elimination? Kann aber nicht wahr sein. Ah, komm schon. Komm schon, Hoverpanzer. Es kann aber nicht wahr sein, dass wir nicht einen verdammten, scheiß blöden Hoverpanzer haben. Ich hab dir in den Kopf geschossen, es tut mir so leid, Jockel. Oh. Oh, L.A.B. L.A.B., L.A.B. Meine letzte Tarte als Support. Oh, mein Gott. T4. Geißen, ne. Nein! Das ist alles mit 7 HP. Gut Job. Ich hoffe, du bist ein wahrer Held. Komm, wir fahren. Ein bisschen was tun für deinen Vater danach, ne? Auf, auf, los von hinten. Echt? Wie heißt dein Vater danach denn? In dem Fall Ostern? Ja klar. Nee, irgendwie grad nicht. Musst du mich erst noch voll einlassen. Woran? Ist der nicht hinter dir? Ja, da ist. Ach, diese scheiß Drohne, ey. Tja, die Drohne läuft mit. Wow. Da ist noch einer am Heli. Da ist Daumen. Good Job. Da ist noch einer. Jockel. Na, was heißt das? Jockel. Gott, ey. Ich will doch mit dem Schneemobil fahren. Oh, ich sehe was. Das ist weg. Wollen wir mit dem Heli fliegen hier? Ja, mit dem Schneemobil fahren. Wir gehen an die Ganna. Oh, stimmt. Oh, das Ding ist voll fast. Ja, bin da dabei. Oh, wow. Oh, scheiß. Wollen wir direkt abspringen? Okay. In den Untergang. Ich gehe durch den Gang. Oh, Scheiß. So Drohnen-Action. In dem Gang. Auf dem See. Jetzt kommen dafür oben. Dann kommt ein Panzer und dann sind keine Leute. Oh, wow. Ich würde ernsthaft von den SMG-Bums aus dem Entferner. Ding ist, wenn man mit dieser Drohne schießt, sieht man nichts mehr. Ganz ehrlich, ich möchte wissen... Oh, Hoverpanzer! Jockel! Wo dem Hoverpanzer? Daniel-san! Daniel-san! I need Hoverpanzer! Daniel-san! Ja! Wait! I'm coming! Was? Das ist das Gegenteil von Waden! Achso, du bist hinter mir! Der Bredner! Okay, noise! Können wir da so drüber fahren? Ich glaube nicht. Probierst du einfach mal? Ja, doch Hoverpanzer. Ja, aber das ist doch Wasser. Achso, ja. Weil wir einzeln aus dem Zurück in die Zukunft gelernt haben, dass Hoverpanzer nicht so bei Wasser funktionieren würde. Ne, Tim. Was das Ding ist halt, man kann halt hier nicht die Kanzel quasi drehen, sondern man kann quasi nur den ganzen Panzer drehen. Boah, ich muss die ganze Zeit so mich drehen. Wow, und Jockel hatte keine Lust mit mir im Panzer zu sitzen. Ja. Wie ein richtiger Antifreund so. Warte, ihr habt uns noch nicht zu sitzen. Okay, okay. Oh! Oh, voll schnell! Sollen wir mal über Wasser? Nein, ich will nicht über Wasser hofern, wo ich zu gehen. Ach komm, probier'n's aus. Ach, guck mal, da ist neues Eis gekommen. Nice! Ich weiß nicht, ob ich da... Okay, komm, probier'n's aus. Oh, es funktioniert! Es funktioniert, ja. Jockel, man kann über Wasser hoffern. Okay, dann lass' mal an Delta. Fuck you, zurück in die Zukunft. Fuck you! Wo ist das Flugzeug? Das ist, äh, weggeflogen. Oh, da oben ist ein anderer. Feindlicher Hauberpanzer. Feindlicher Hauberpanzer. Feindlicher Hauberpanzer. Binnen wir! Alter! Wow, Alter, das ist echt nicht so einfach. Ich hab' den Typ nicht. We've been hit! We've been hit! We've been hit again! Oh no, that's not good! Ah, da ist der Hauberpanzer! Ah, schnell! Nein! Ah, jetzt komm' ich! Ey, ich kann mich einfach nicht nach rechts drehen. Good job, Jockel, by the way. Danke, dass du nicht mit dem Hauberpanzer reingekommen bist. Ich hoffe, du hast wenigstens die Raygun gefunden. Nee! Ja, weil die müssen wir eigentlich auch noch finden. Voll doof. By the way, das ist übrigens Spaß, wenn ich auch will, das ist lame. Hier ist der Kismus, verstehende Menschen. Ja, Spaß! Äh... Seid ihr mal tot am Hauberpanzer? Ja, wahrscheinlich ist es Zeit. Jaja, ich hab grad den Medic-Kid bei dir getroppt. Mein Freund. Hast du? Ja. Wenn ich dich grad verloren hab, hat er. Ich hab völlig... Okay, Jockel. So. Battle-Pickups. Wo? Wo, genau. Also hier haben wir eins, bei B. So ist das schon mal klar. Ja, da ist die Drohne. Jo. Wo gibt's noch Battle-Pickups? Das war zu Eifer. Okay, zu Eifer? Nein, ist okay. Äh... Links Panzer, Jockel. Links Panzer. Auf der Brücke. Auf der Brücke. Achso, da oben. Ab ihn. Da kommt Panzer, kommst du? Ja. Äh, ich bin... Ich bin nur der Typ mit C4. Ich bin nur der Typ mit C4. Ach, Gott. Ich wird gebumst. Ah, shit. Dreckiges L.A.V. Crap. Aber es sieht schön aus, wenn du totes und den Schnee von oben runter liegst. Ah, es hat was Romantisches. Ja, irgendwie schon, ne? Haben wir eigentlich irgendeinen Engineer dabei? Oder du Daniel, ne? Ich straume ihn bei Foxtrot und ich guck mal, ob ich hier so ein Ding finde. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht noch, wie wir auf dem Minimap angezeigt werden. Also zumindest ist er irgendwo. Oh, wow. Und jetzt ist ein Plank da oben im... Das war ein Mist, ey. Okay. Ah, okay. Aber ich seh ihn nicht. Was so danach aussieht. Weißt du, ich seh auch kein Brett oder so, ne? Normalerweise ist das so eine Brettpritsche hier irgendwo. So von wegen so... Hier, weapon pick up. Jetzt war ich schon mit irgendeinem Russen hier rum. Oh. Ja, weil ich auch gar keinen Lust hab, will er auf mein Schneemobil. Oh. Hier ist die. Hier ist die. Wo ist die? Der Russe hat gerade die aufgehoben. Äh, zwischen D und F. Zwischen D und F? Ja. So steifig. Ja, also, äh, quasi echte auf offenen Feldern. Ja, also, äh, quasi echte auf offenen Feldern. Kann ich verstehen, dass die wiederkommt. Wahnsinn. Incoming. Mois. No, in Böding. This is Russian Winter. Hier. Wie lange, wie lange, ähm, bist du bei mir spawned? Ja. Ja. Okay, guck mal hier, da. Da's Bounty. Da, da, da. Hier. Ah. Keine Ahnung wie lange. Kannst so eine Minute dauern, ne? Warum? Okay. Hast du Bock, ein Schneemobil zu organisieren und direkt irgendwo auf dem nächsten Berg fließen können? Oh, holy shit. Ähm. Wie war der? Ah, irgendwo bei Dolter. Oder, Dave, kannst du mit dem Schneemobil vorbeikommen? Äh, ich bekomme, bleib dir die unterwegs. Ja, ich, äh, guck mal, dass es los ist vorne. Ah, Bulldog. Iiii. Kannst du halt easy, easy sein? Ey, Iii, wegen Bulldog. E wie eklig. Ich hab jetzt zum Beispiel nicht drauf geachtet, ob das auf dem Map angezeigt wird. Und was denn das hier im Bein? Uuuuhuuhu. Was denn? Oh, ich guck mal einfach los. Karte ist so klein, ich hab mir das alles schon eingestellt gehabt, ne? Ja, ich hab den richtigen, der ist ein Schneemobil gefunden. Ja. Ja, ich hab aber auch so viele Einstellungen im echten Bett, also in der Nicht-Kommunikation, die ich jetzt einfach hardcore vermisse. Haben wir jetzt zwei Schneemobile hier? Ja. Dave, wow, really? Das ist nicht so einfach. Nice. Wir campen jetzt hier die Stelle, das ist ein scheiß Breaker, na? Das ist ein scheiß Breaker. Weitere Kennung, der hat sich hier verbraucht. Das ist ein bisschen das für ihn. Hörter Kennung, du schiefst! Wir haben uns nicht aufgerecht. Da ist es etwas verteoben. Schiefst! Oder mein Gott aufgerecht. Ich bin fertig, da ist es nicht aufgerecht. Vielleicht muss auch der derzeitige Besitzer quasi erst sterben, der Raygun. Mit einer neuen Spawn. Ich denke aber, ich denke der ist auch schon gut gestorben. Stirb! Mit welcher Trasse hebt man die auf? E. F, ne? Nee. Ja. Ja. Vielleicht spawnt hier auch woanders? Noch. Ne, ne. Ja nochmal spawnt hier auch irgendwo anders, denke ich. Aber da spawnt hier immer. Na komm, Hobart. Vor allem das ganze Squatch steht hier. Ja. Oh mein Gott, irgendwas hat mich getötet. Da ist irgendwo uns Scharnippau. Scharnippau. Oh, wir wollen bergen. Was ist ein Preis? Seht. Ja, der setzt uns gerade ein bisschen unter Druck hier. Seht's der da? Ist das ein anderer? Ich seh' nicht. Wow, hab ich gerade ernsthaft nen Helikopter mit der S-Roll zerstört? Wuhuuu. Absolut international. Da ist ein Panzer. Welche Seite? Der hat Beschlüsse auf uns nimmt. Welche Seite? Ja. Ich schieß mal nach links. So ist das da oben. Da ist ja so ein bisschen was von unserem kleinen, unseren kleinen persönlichen Bügel, den wir vernichten. Äh, zur Seite. Oh, ich rücken uns ab. Wacht von Seite. Wir werden gerusht. Okay. Oh, was ist das denn? Der Putzer. Nein! So hat der Gunner aufgepasst. Ich krieg mir nicht so schnell auf. Ich krieg nie Leute so schnell auf. Nein. Hab den geklaut? Ja. Ah, da draußen ist der. Ah. Der hat die Raygun aufgehoben. Nein! Really? Ja. Wow, kann ich was. Die lichte doch, die lichte doch. Hier, hier, hier. Okay, nimm sie. Nimm sie. Oh, nur noch ein Schuss drin. Warte, ich, ich. Wo, wo ist sie? Man hebt die mit R auf. Okay. Kannst du die droppen? Ich mein ja. Wenn ich eine andere Waffe wechsle. Pfff. Hier, wo die Schuss schütze. Geil, ist klar. Scheiße, wir müssen damit schnell schießen. Einen Schuss. Okay, einen Schuss. Oh, yo. Einen Schuss. Shit, ich wurde gehittet. Oh! Enemy Tank. Not of your location. Rettet die Railgun. Rush MK1. Rush MK1. Okay, alles klar. Die Schotter. Aaaaaaah! Panzer! Ey, du musst übrigens das Echo fixen. Wenn man das Echo macht. Jetzt ernsthaft. Ja. Gar nicht. Ja. BAM! Oh, okay. Ey, wir brauchen die nochmal. Das war ziemlich cool. Holy shit. Wir haben die ganze Zeit da gewartet. Oh Gott, da ist noch einer direkt. Genau an der Stelle. Oh nein. Vor allem, wie hat das geschafft, denn so schnell die ganzen Schüsse rauszuschießen? Hat man drei Schüsse raus im Kram? Nein. Ist übrigens so, wenn du drückst und dann macht's biep, 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 boom. Und dann schießt ihr quasi. Ey, ich will jetzt auch eh vom Standbein noch machen. Okay. Okay, noch einmal kriegen die. Da sind die denn noch. Da fährt. Da ist sie. Alles klar, ich hab sie. Achtschuss. Da oben aufs Berg. Da wo du hinschießt? Ja. Ich sehe da niemanden, wo du... Ja, jetzt sehe ich da auch niemanden, ja. Hm. Ja, jetzt musst du noch Ziele haben, ne? Ja. Vielleicht hier bei ihm? Da, wieder aufm Berg, aufm Berg. Ja, ja. Ich sehe einen. Ich hab daneben geschossen. Ich weiß nicht, wie sieht das... Wow, wenn die nachlädt. Kannst du den nicht irgendwie anvisieren oder so? Ne, also das ist halt so, ich muss den folgen quasi, ja. Also ich drücke und dann macht das piep piep. Und während das das piep piep macht, muss ich hier die ganze Zeit... Da, da, der Schlüssel. Wo ist da? Da oben einer? Da ist grad einer gelangt. Wow, der Zoom ist aber aufs. Da. Wenn er auf ihn schießt, steht er nicht still. Hm, ist da oben noch jemand? Äh, rechts davon irgendwo. Oh, ich hab gemessert, Jungs! Ich werd gerade gemessert. Hinteraus ist jemand. Vorsicht! Ah, hab nur erwischt. Good job. Du musst die Waffen nicht schnell aufheben. Mit R. Ich bin tot. Wir haben uns gegenseitig getötet. Oh. Like real battlefield. Äh, bin ich wieder hier? Ach, du musst ganz woanders was bauen. Ich weiß doch. Schnell. What? Das heißt ganz woanders. Wow. Wir werden so hypnotisiert. Was sind wir, David? Ich bin noch nicht still. Da ist die Fatima im Snowmobile hin. Ah, Alter! Da sind auch Leute. Fangen wir mal an. Mit der Hitbox? Ne, mit dem, mit dem, mit dem Dings, mit dem Umbuckel. Das hat noch niemand aufgefallen, oder so, ne? Da ist vor allem... Wo ist die Raygun hin? Das war so ziemlich kacke gerade. Ey, die Raygun hat einen extremen Zoom gewählt. Da, 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 da ist sie! Die hat einen extremen Zoom, das macht es extrem schwierig. Hat jemand einen Medkit? Äh, ne. Sorry. Okay, dann halt ich mich jetzt in Richtung Foxrod. Ich werde mal kurz noch ein bisschen entfernen. Beschoß, beschoß, beschoß. Au, 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 au. Wir sollten uns irgendwo anders positionieren damit. Mhm. Au. Schnell, das ist nicht mehr viel Zeit. Ja, ich schieße gerade auf einen Panzer, ich glaube, das macht nicht so viel. Halleluja. Hauptsächnie wird es nicht so gut. Okay. Schnell, der Fett ist jetzt in Richtung. Auf jeden Fall, der Fett ist in Richtung. Er wird morgen, neu, der Fett ist in Richtung. Scheiße, ich hab gern ernsthaft Probleme, gerade ein Ziel zu finden. Ich hatte gerade wirklich keine Ziele mehr, ich glaube das Ding brauchst, das musst du echt aufheben, da musst du irgendwo hinfahren, da musst du auf den Berg legen und da musst du auf irgendjemanden schießen. Scheiße. Naja, du hast sie in der Hand gehabt und dann mit geschossen. Eben, mehrmals. Ich hab sogar einen getötet. Mit dem einen Schuss den ich da hatte, weißt du, hab ich so gesagt, hey, schießt heute noch. Aber du hast ja gesehen, damit wurde ja sogar unser Schneemobil weggefetzt, ne. Ja. Schon ziemlich fett, das Teil. Nur ne 7 Rock, bye bye. Haha, cool. Ne, ich schreib mal im Chat, im Team-Chat, schon vorbei? Äh, im Team-Chat K. Ah, Squad-Chat meine ich, scheiße. Squad-Chat ist L. L. Ja, grüße an 0x.de, von guten kleinen Crab. Okay, das war ziemlich ungeplant mit den ersten Eindrücken von Last Stand, Final Stand? Wie heißt das jetzt? Final Stand. Ja, Final Stand wusste ich natürlich. Und, ähm, ja. Schreibt nochmal, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, es war der Beta-Test quasi. Gut. Jörg, hast du noch abschließende Worte zu sagen? Ja. Railgun, OP. Ja, das ist ja nicht so OP. Die hat einen extremen Zoom, den man nicht irgendwie kleiner machen kann. Und das macht piep piep piep, boom, und dann erst. You know? Ja. Und die müssen noch viele, viele Sachen fixen. Das ist natürlich wahr. Klar. Aber es sieht schon mal cool aus. Und ich fand die, äh, die, die, die Winterromantik gerade recht schön. Und den Schneeflocken, die auf einen runterrieseln, wenn man tot ist. Ah, rieseln. Süß, ne? Ah. Ich will so Battlefield spielen und auf dem Boden liegen und rieseln in den Schnee zu gucken. Genau. Schneeengel machen. Äh, also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bye, bye. Guten Job, bye. Danke, Dave, dass du dabei warst. Wenn du bei mir bist. Das war'sos. Du bist. Und das war'sos. Das war'sos. Nächste. Dach. Die kann hier woanders sein. Die kann hier woanders sein. Vielen Dank.